In der vergangenen Saison hat der SV Rangsdorf 28 den Durchmarsch geschafft, von der zweiten Kreisklasse in die Kreisliga. Dort lieferten sie jetzt wieder den Beweis der guten Nachwuchsarbeit, denn gegen die in Rot-Weiß antretenden Platzherren in Darmdorf wurde mit 4 zu 2 gewonnen. Mein Mann ist nicht so schlimm, der Ball wird in die Richtung. Der Ball wird im besten Spiel. Wenn er am Tisch wird auf der Ball. Ich würde mit meinem richtigen Fuß nach ins Rückschirm machen. Mann, der könnte sich den Ball machen. Denk daran. Ja, da! Untertitelung des ZDF, 2020